So, hier unterwegs mit dem Schweizer Teeclub in Ascona, in der Schweiz. Und hier rauf geht es zum Monte Verita, wo es eine Tee-Plantage gibt. Da bin ich dann im Einsatz und ich bin ganz gespannt. Hier seht ihr den Tee. Liebe Grüße aus der Schweiz, liebe Grüße aus dem Tessin, wo ich genau bin und trinkt an diesem Wochenende etwas Tee.